Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute geht es um das Thema Einblicke in die Welt des Telefonbetrugs. Strategien der Betrüger und effektive Gegenmaßnahmen. Willkommen zu einer Entdeckungsreise in die Abgründe des Telefonbetrugs. In den kommenden Minuten nehme ich dich mit hinter die Kulissen, um die raffinierten Strategien der Betrüger zu durchleuchten. Gleichzeitig präsentiere ich dir bewährte Gegenmaßnahmen, damit du dich erfolgreich vor den Machenschaften dieser Täuscher schützen kannst. Die Taktiken der Telefonbetrüger Beginnen wir mit einem Einblick in die verschiedenen Taktiken von Telefonbetrügern, von gefälschten Identitäten bis zu überzeugenden Geschichten. Ein Bewusstsein für diese Raffinesse ist entscheidend, um sich effektiv davor zu schützen. Das Vortäuschen einer falschen Identität, zum Beispiel als Bankmitarbeiter oder Behördenvertreter, verleiht ihren Anrufen eine scheinbare Legitimität, die viele Menschen täuscht. Die Bedeutung der Telefonnummer Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Manipulation von Anrufer-IDs durch Spoofing. Diese Technik macht betrügerische Anrufe oft schwer, von Legitimen zu unterscheiden. Spoofing verfälscht die Anrufer-ID, also die Telefonnummer, um Anrufe vertrauenswürdig erscheinen zu lassen, was Personen dazu verleiten kann, auf betrügerische Anrufe hereinzufallen. Erkennungsmerkmale von Betrugsanrufen Das Früherkennen von Betrugsanrufen ist wie ein unsichtbarer Schutzschild gegen potenzielle Täuschungsversuche. Werfen wir einen Blick auf die subtilen, aber entscheidenden Merkmale, die darauf hinweisen, dass ein Anruf möglicherweise nicht das ist, was er vorgibt zu sein. Sei es eine plötzliche Forderung nach Geld oder zweifelhafte Informationen, durch die Sensilibisierung für diese Anzeichen kannst du deine Sicherheit proaktiv stärken. Lass uns gemeinsam lernen, wie wir die verborgenen Hinweise entschlüsseln und uns vor betrügerischen Anrufen schützen können. Anrufe, die plötzlich hohe Geldforderungen stellen oder Druck ausüben, sollten sofort skeptisch betrachtet werden. Betrüger nutzen solche Taktiken, um ihre Opfer zu verunsichern. Wie du dich schützen kannst Kommen wir zu praktischen Schutzmaßnahmen Verifiziere Anrufe, überprüfe die Identität des Anrufers Nutze offizielle Hotlines Verifiziere Anrufe, indem du offizielle Hotlines des Unternehmens direkt kontaktierst. Betrüger können gefälschte Nummern verwenden, aber die offizielle Hotline bleibt verlässlich. Rückrufe bei Unsicherheit Bei Unsicherheit über die Legitimität eines Anrufs ruf die offizielle Nummer des Unternehmens an, anstatt direkt auf die im Anruf genannte Nummer zu antworten. Sei skeptisch, wenn dich jemand nach persönlichen oder finanziellen Informationen fragt. Frage nach dem genauen Zweck und warum diese Informationen überhaupt benötigt werden. Überprüfe die Legitimität Frage den Anrufer nach seinem Namen und der Organisation, für die er angeblich arbeitet. Überprüfe dann diese Informationen unabhängig, bevor du etwas preisgibst. Nutze die Sperrlistenfunktionen deines Telefons, um Anrufe von unbekannten oder verdächtigen Nummern automatisch zu blockieren. Melde betrügerische Anrufe Melde verdächtige Anrufe den zuständigen Behörden oder Verbraucherschutzorganisationen. Informiere dich über Betrugsmaschen Bleibe über aktuelle Betrugsmethoden immer informiert. Halte dich regelmäßig über die neuesten Betrugsmaschen auf dem Laufenden, um auf dem neuesten Stand zu sein und dich besser schützen zu können. Nutze vertrauenswürdige Informationsquellen wie offizielle Registrierungswebsites, Verbraucherschutzorganisationen und Sicherheitsblocks, um auf dem Laufenden zu bleiben. Verifiziere Anrufe, indem du die offizielle Hotline kontaktierst. Teile keine persönlichen oder finanziellen Informationen am Telefon, es sei denn, du bist sicher über die Legitimität des Anrufs. Psychologische Tricks der Telefonbetrüger Telefonbetrüger nutzen geschickte, psychologische Tricks, um Opfer zu manipulieren. Durch das Erzeugen von Panik- oder Drucksituationen versuchen Betrüger, Opfer zu überzeugen, schnell zu handeln. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, ruhig zu bleiben und rational zu reagieren. Die Rolle von Social Engineering Social Engineering ist eine Taktik, bei der Betrüger versuchen, durch Manipulation von Menschen Informationen zu erhalten. Ein Betrüger könnte sich als vertrauenswürdige Person ausgeben und versuchen, sensible Informationen zu erschleichen. Die Aufklärung über solche Methoden ist entscheidend, um persönliche Daten zu schützen. Alternative Schutzmaßnahmen Um einen umfassenden Schutz vor Telefonbetrug zu gewährleisten, beachten wir neben den bereits vorgestellten Methoden weitere alternative Schutzmaßnahmen. Diese zusätzlichen Ansätze zielen darauf ab, dich vor den vielfältigen Facetten dieser Betrugsmaschen zu bewahren. Verwendung offizieller Websites Stelle sicher, dass du offizielle Websites von Unternehmen der Organisationen nutzt, um Informationen zu überprüfen oder Anfragen zu verifizieren. Oftmals bieten diese Plattformen sichere und authentische Kommunikationskanäle. Schriftliche Korrespondenz bevorzugen Wenn möglich, ziehe schriftliche Korrespondenz per E-Mail oder per Brief in Betracht, um die Legitimität von Anfragen zu überprüfen. Dies ermöglicht es dir, in deinem eigenen Tempo zu antworten und bietet einen schriftlichen Nachweis. Telefonnummern unabhängig überprüfen Verlasse dich nicht ausschließlich auf die bereitgestellte Telefonnummer in verdächtigen Anrufen. Nutze alternative Quellen, um die Richtigkeit der Telefonnummer zu überprüfen. Beispielsweise die offizielle Webseite des Unternehmens. Zwei-Faktoren-Authentifizierung nutzen Aktiviere wenn möglich die Zwei-Faktoren-Authentifizierung für deine Konten. Dies erhöht die Sicherheit und stellt sicher, dass selbst im Falle eines Passwortbiebstahls zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind. Die Integration dieser alternativen Schutzmaßnahmen in deinen Sicherheitsansatz kann dazu beitragen, die Vielfalt der Bedrohungen durch Telefonbetrug effektiv zu reduzieren und deine persönlichen Informationen zu sichern. Rechtliche Schritte und Meldeverfahren bei Telefonbetrug Wenn du Opfer von Telefonbetrug wirst, ist es entscheidend zu wissen, welche rechtlichen Schritte du ergreifen kannst. Dabei spielen nicht nur die gesetzlichen Aspekte eine Rolle, sondern auch die praktischen Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um den Betrug zu melden. Ein wichtiger Schritt ist die Meldung des Vorfalls bei den örtlichen Strafverfolgungsbehörden. Dies dient nicht nur der persönlichen Rechtsdurchsetzung, sondern trägt auch dazu bei, die Täter zur Verantwortung zu ziehen und potenziell weitere Betrugsfälle zu verhindern. Zusätzlich dazu solltest du den Betrug auch bei Verbraucherschutzorganisationen melden. Diese Organisationen haben die Expertise, Muster zu erkennen und könnten dazu beitragen, andere Verbraucher vor ähnlichen Betrugsfällen zu schützen. Es ist ratsam, jegliches Beweismaterial zu sammeln, bevor du rechtliche Schritte unternimmst. Dies könnten Aufzeichnungen von betrügerischen Anrufen, erhaltene Nachrichten oder andere relevante Informationen umfassen. In einigen Fällen kann die Konsultation mit einem Rechtsanwalt sinnvoll sein. Ein Rechtsanwalt kann dir helfen, deine Rechte zu verstehen und dir bei der Planung der besten Schritte für deine spezifische Situation helfen. Die effektive Umsetzung dieser rechtlichen Schritte und Meldeverfahren ist nicht nur für deinen persönlichen Schutz von Bedeutung, sondern leistet auch einen Beitrag zur allgemeinen Prävention von Telefonbetrug. Die ständige Verfeinerung des Sicherheitsbewusstseins bildet einen fundamentalen Pfeiler im Kampf gegen Telefonbetrug. Hier sind Strategien, die dir ermöglichen, kontinuierlich auf dem neuesten Stand zu bleiben, um die sich ständig weiterentwickelnden Betrugsmaschen zu identifizieren. Aktuelle Informationen als Schlüssel Halte dich regelmäßig über die neuesten Betrugsmaschen auf dem Laufenden, indem du vertrauenswürdige Informationsquellen nutzt. Offizielle Regierungswebseiten, Verbraucherschutzorganisationen und Sicherheitsblocks bieten eine Fülle von aktualisierten Informationen. Informationsquellen effektiv nutzen Nutze eine Vielzahl von Informationsquellen, um ein umfassendes Verständnis der aktuellen Betrugstaktiken zu entwickeln. Von Online-Plattformen über Fachzeitschriften bis hin zu Schulungen. Diversifiziere deine Quellen, um ein ganzheitliches Bild zu erhalten, wie zum Beispiel hier auf Callcenter-Abzocke. Die Schärfung deines Sicherheitsbewusstseins ist ein dynamischer Prozess, der Engagement und Aufmerksamkeit erfordert. Indem du diese Strategien implementierst, erhöhst du nicht nur deine Widerstandsfähigkeit gegenüber aktuellen Betrugsmaschen, sondern trägst auch dazu bei, die Gesellschaft insgesamt vor den Gefahren des Telefonbetrugs zu schützen. Nach dieser ausführlichen Analyse und Betrachtung verschiedener Aspekte des Telefonbetrugs hoffe ich, dass du nicht nur die Taktiken der Betrüger besser verstehst, sondern auch mit konkreten Strategien ausgerüstet bist, um dich effektiv davor zu schützen. Bleib wachsam, informiert und teile dieses Wissen, um auch andere vor Gefahren des Telefonbetrugs zu bewahren. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und niemand von uns auf Telefonbetrug hereinfällt. Informiert alle Menschen in eurer Umgebung, wie gefährlich Telefonbetrug sein kann. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden am Ende mit gefährlichen Situationen konfrontiert sein. Klar ist, dass wir leider nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man in solche Situationen geraten kann. Allerdings gibt es sie die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr zum Thema Betrug und unserer Gesellschaft verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues hier auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!